So ihr Lieben, dann mal wieder Hallo zusammen, der Lampe hier. Ich hoffe, ich verzitterte es nicht so sehr, weil ich keine Stabilisierung heute mithabe. Aber ich habe gesehen, hier kann man hochgehen auf den Turm. Offiziell begehbar. Ich würde sagen, ich mache gleich nochmal ein Video auf der Hälfte des Turms, damit ihr seht, wie weit man kommt. Und ich hoffe, ich kann von oben ein bisschen fliegen. Also, bis gleich. So, alter Schwede. Anstrengend, die Hälfte. Habe ich geschafft. Ich hoffe, man sieht es. Sind jetzt 15 Meter Höhe. Es ist schon ganz schön windig hier. Mal gucken, dass es oben nicht so schlimm wird. Also, bis gleich. So. So. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020